Du und ich, die Verbundenheit zwischen uns, die Verbundenheit eines Paares, das stelle ich in diesem Bild dar. Mit dem Symbol für Verbundenheit und auch einer Inschrift, die ich euch dann im Detail noch zeige. Dieses Bild entstand in Anlehnung an das große Gemälde, das Auftragsgemälde für eine Kundin zum Thema Verbundenheit. Da kam mir dann die Idee, das doch auch als etwas kleineres Werk in einer anderen Farbkomposition für Paare zu kreieren. Sehen wir uns jetzt das Detail an. Das Bild wurde mit Acrylfarbe im Format 60 x 60 cm gemalt und durch die Verbindung mit mehreren Farben und einiger Schichten ist dieser wunderbare Effekt entstanden. Hier seht ihr du und ich eingraviert. Und das Symbol für Verbundenheit habe ich ihn mit Gold und Silber Farbe aufgetragen und zuletzt noch mit einem Kreis umrahmt. Umrahmt. Ok. Eine Eine Die glaube ich 1 2